Hallo, mein Name ist Melissa Pfeiffer, ich arbeite bei der Stadt Bern als Balladerin. Ich arbeite temporär, etwa vier, fünf Monate. Das hat mir recht gut gefallen, schon nach der ersten Woche habe ich die Bewerbung abgegeben, weil es einfach so toll ist und einfach die Umgebung und mit den Leuten zusammen so arbeiten können. Ich wollte schon immer recht in einem kleinen Team arbeiten und das hat gerade alles gepasst und darum tiptop. Das Team ist recht cool aufgestellt. Ich komme jeden Morgen mit einem Lachen arbeiten. Eigentlich gibt es sehr selten Momente, wo ich eigentlich nicht mit einem Lachen komme zu bügeln. Ja, es ist mühsam mit Papierbündeln, die nicht richtig gebungen werden. Und dann einfach, wenn du sie nimmst, an den Boden fallen. Und dann musst du alles zusammen krallen und das Auto hinten dran stellen und warten. Und die Stadt ist sowieso eine Sache für sich. Das ist recht hektisch, du musst recht konzentriert bleiben. Ich denke, heute mit der Zeit ist es recht ausgeprägt, dass Frauen auch mehr in die männlichen Berufe eingehen können und es auch cool finden. Und ich bin da mehr für die Frauen, die sagen, ja komm machen, geht ein Fakt mit den Männern zu arbeiten. Ich glaube, es geht auch um, dass die Frauen nicht mehr in die Frauen nicht mehr in diesen Frauen passt und machen, wir sitzen um die Frauen nicht mehr in die Frauen im Gebäude, wenn sie nicht mehr in die Frauen arbeiten. Die Frauen nicht mehr in die Frauen sind, sondern ob sie nicht mehr in die Frauen kommen. Ich denke, wenn Sie mir die Frauen übernehmen können, was es gerade ein Faktionspielen gibt. Und das ist ein Faktionspielen! Und das ist ein Faktionspielen.